Neurocom IP begeistert auch bei der Konfiguration und Administration. Warum ist das so einfach für die Errichter? Ein Server oder Zentrale wird nicht benötigt. Die serverlosen, eigenständigen Sprechstellen werden in dem IP-Netzwerk angemeldet, bilden automatisch ein neuronales Netzwerk und lösen alle kommunikativen Aufgaben selbst. So können bis zu 9000 Neuro-Unit-Module direkt kommunizieren. Die Geräte werden einfach mit den Standard-Netzwerkeinstellungen wie IP-Adresse und Netzwerkmaske versehen. Durch die eigene Rufnummer ist jede Sprechstelle individuell ansprechbar. Noch schnell die Mikrofonempfindlichkeit und die Lautsprecherleistung einstellen und schon ist die Basiskonfiguration abgeschlossen. Es sind also höchstens 3 bis 5 Parameter zu definieren und das Gerät arbeitet wie gewünscht. Zum Schluss werden die Daten in dem jeweiligen Neuro-Unit-Modul gespeichert. Jeder Errichter ist so in der Lage, neuronale Sprechstellen selbst einzuschalten, in Betrieb zu nehmen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. Sie möchten Ihr neuronales Intercom-System auch an einem SIP-Server anmelden, um den Medienbruch zu Telefonanlagen aufzuheben? Ganz einfach. Nur den SIP-Server mit seiner IP-Adresse angeben, SIP-Passwort eintragen und fertig. Sie möchten ein Anlagenkonzept in Gruppen organisieren und ordnen? Ganz einfach. Durch Anklicken lassen sich bis zu 250 Gruppen pro Gerät eintragen. Sprechstellen sollen identifizierbar sein? Ganz einfach. Es können Klartextnamen und Locationsdetails eingetragen werden. Diese können im Netzwerk mitverwendet oder zu Dokumentationsaufgaben herangezogen werden. Für jedes Gerät steht eine Feature-Box zur Verfügung, mit der man einzelnen Geräten besondere Aufgaben innerhalb eines Neurocom-IP-Konzeptes zuweisen kann, wie zum Beispiel als Funk-Gateway, I-O-Controller, ELA-Schnittstelle, Konferenzteilnehmer und so weiter. Damit auch größere Anlagen komfortabel zu konfigurieren sind, können die einmal erstellten Basiseinstellungen als Template abgelegt und für die Einrichtung weiterer Geräte übernommen werden. Also, wirklich ganz einfach. Neurocom-IP.